Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Herzlich willkommen. Heute gibt es ein Fortnite-Video gemeinsam mit Haptic. Ich dachte mir, es wäre ganz lustig, einfach mal ihn zu fragen für ein Fortnite-Video, weil ihr kennt ja vielleicht seine Einstellung zu Fortnite so ein bisschen. Dann haben wir ein bisschen hier Gruppenkeile gezockt und das ist eigentlich ganz witzig geworden. Vor allem das Ende finde ich sehr, sehr gut, wie die Kids dann am Ende verteilt sind. Doch bevor das Video losgeht, eine wichtige Ankündigung. Und zwar habe ich euch ja vor einiger Zeit erzählt, dass TryHard Plus, dass wir mit TryHard Plus uns als Firma woanders hin entwickeln und dass wir keine Gaming-Booster mehr machen wollen. Und dann waren die Jungs von Level Up so korrekt und sind zu mir gekommen und haben mich gefragt, Marcel, hast du trotzdem noch Bock, Gaming-Booster zu machen? Da habe ich mir das Ganze angeschaut und habe mir gedacht, ganz ehrlich, die sind made in German, die machen super Zeug. Das ist ein super Firmenkonstrukt. Da habe ich mich extrem drüber gefreut. Das heißt, ab jetzt, Freunde, bin ich, was Gaming-Booster angeht, in meiner neuen Familie angekommen und zwar bei Level Up. Das bedeutet einfach, ihr könnt den Code Scorpion verwenden, dann könnt ihr bei Level Up nochmal ordentlich was sparen. Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch die ganzen Infos dort gerne mal anschauen. Das heißt, ab jetzt geht es los. Ich bin am Start. Was mit TryHard Plus jetzt genau geworden ist, das werdet ihr in kurzer Zeit erfahren, Leute, was da ist. Auf jeden Fall, Leute, gibt es weiterhin Gaming-Booster, die mit mir in Verbindung gebracht werden. Und zwar ist es in dem Fall jetzt Level Up. Ich freue mich extrem, in der Familie zu sein. Da sind so viele coole Jungs, mit denen ich schon so lange befreund bin. Jetzt bin ich auch endlich ein Teil davon. Richtig cool, dass die auf mich zugekommen sind. Und ich würde sagen, Leute, das wird eine coole Zeit. Wie gesagt, mit Code Scorpion könnt ihr da auch ordentlich Geld sparen. Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt geht das Video auch schon los. Okay, hast du den Gamesound aufgedreht? Ja. Weil ich will deine Reaktion auf Folgendes hören, okay? Okay. Ich will einfach wissen, was du dazu sagst. Warte. Ich guck's mir an. Soll ich deine Frau angucken, ja? Ja, genau. Guck meine Frau an, okay? Und ich will, dass du... Warte, erst mal ändere ich die Frau, dann ist es noch besser. Und zwar im Moment... Stell dir vor, jemand läuft jetzt an deiner Tür vorbei. Ja, guck meine Frau an. So, warte, 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 warte. Bist du bereit? Ein Vogel? Ja, warte, hör, hör, hör. Bist du bereit? Ja, ich... Mann, mach jetzt! Das ist so behindert, Digga. Das war für mich so aggressiv, Digga. Hör auf mich, ja. Hör auf mich, ja. Junge, brich doch endlich ab, Mann! Also, pass auf, ich erklär's dir kurz. Wir spielen jetzt einen Modus, der ist wie Team Deathmatch. Das Team, das zu R 250 Punkte hat, hat gewonnen. Dann kann auch jemand wie du Spaß haben, der absolut schlecht ist. Das heißt, jemand wie ich? Du hast recht, Digga, ich bin schlecht. Ja, ich bin auch schlecht in Fortnite. Aber warum? Es ist wie TDM, dann ist es ja kein Battle Royale mehr, oder? Ne, genau, es ist dann eigentlich, äh... Es ist Team Deathmatch, aber es macht auch manchmal Spaß. Ich hab da sogar eine ganz coole Challenge die Tage gemacht. Also, es macht schon auch... Macht auch was her, du, wie ich immer sage. Hoho! Okay, Digga, wo bist du? Warte mal, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hier, darf ich dir kurz was zeigen? Komm mal zu mir, komm zu mir. Ah, drei Sekunden nur noch. Nein, wir schaffen es nicht mehr. Nein, Digga, deine... Du bist nur ein Bastard, Digga. Okay, die tanzt doch schön gestört. Ich zeig dir kurz ein Lifehack, noch nicht rausspringen. Wir warten jetzt bis zur Hälfte, weil dann wird die Zone angezeigt, weil es wird alles in so einer mega kleinen Zone stattfinden. Ja, okay, wir fliegen da hin zu diesem Block. Hier ist ein fliegendes Schiff, wie bei Dings, wie bei, äh, Apex. Aber man kann auch mittlerweile Dinge, äh, Leute, die schon gefinished sind, wiederbeleben. Wie bei Apex. Ja, genau. Hier ist so ein Windkanal, hier, da können wir mit dem Windkanal fliegen. Digga, welcher Windkanal? Hier unten ist ein Windkanal. Oh, du bist da? Fliegst du hin, Digga, wann bist du rausgesprungen, Digga? Digga, Bruder. Ich dachte eben, ich bin die ganze Zeit hier hinterher geflogen, aber... Nein, Digga, es sind hier, alle haben hier quasi einen Pfeil über dem Kopf. Du hast ja Fortnite eigentlich wirklich aktiv... Ich wollte dann... Doch, am Anfang hast du sogar mehr gespielt als ich, ganz am Anfang hast du so richtig viel gespielt, das weiß ich noch. Als World War II rauskam, war ich der Einzige, der damals im Haus Fortnite gespielt hat und ich wurde gehatet. Und die haben gesagt, mach das nicht, das bringt nichts auf YouTube. Ja, Digga, das war auf jeden Fall die falsche, der falsche Schluss, Digga. Ja, das Ding ist, WW2 war auch einfach ein langweiliges Spiel, finde ich. Digga, WW2 ist rausgekommen. Und fünf Tage später habe ich nur noch Fortnite gespielt. So lustig, das aus deinem Mund zu hören, Digga. Ich habe aber jetzt die neue Steuerung, dass ich schnell bauen kann. Oh, die Steuerung, die hat jeder seit zwei Jahren benutzt, meinst du? Genau die meine ich. Also du meinst Bilder Pro. Oh, oh, oh. Aber eigentlich male ich keine Bilder. Und da gewinne ich den fight und da kommt direkt der nächste, der nächste Drückeberger du. Nein, 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 nein. Nein, ich habe ihn auch dahin eingebaut. Ich bin das erste Mal schon gestorben. Das Ding ist, du respawnst und dann kannst du wieder dahin fliegen halt. Ja, du bist so. Komm zu mir. Nein, komm zu mir. Weil hier wird der fight die ganze Zeit. Hier wird es richtig ausrasten. Hier ist ein gigantisches Loch, was ist da drin? Achso, da war früher Lootlag, falls du dich noch daran erinnerst. Oh, das sieht aus wie eine gigantische F***er. Unbedingt sensieren, Digga. Aber es tut mir leid, ich muss das sagen. Ich bin so ein Kind. Leute, wer von euch kann sich noch an das Video von Jeremy erinnern? Wir würden es in den Videotil jetzt nicht nennen, wo wir Körperteile erraten haben. Und die Leute das wirklich ernst genommen haben. Wo ich immer noch heutzutage darüber lachen muss, Alter. Die Leute. Andere YouTuber, die es nicht checken. Ja, genau. Vor allem andere YouTuber, die das nicht gecheckt haben, dass das Video ironisch aufhört. Ich glaube, manche denken immer noch, dass es wirklich meine echten Haare waren. Nein, ich wurde gebogen. Aber es ist auch einfach zu gut, Digga. Du musst diese Haare mal echten. Es sah echt gut aus, ne? Oh Mann, Digga, er demütigt mich. Mann, trifft mich doch jetzt. Sie fragen, wie du bist. Du musst nur sagen, dass du okay bist. Wenn du nicht wirklich okay bist. Mann, Gott, hast du dich blamiert. Junge, Junge. Ich habe so eine Sau-Pistole, keine Ahnung. Die habe ich genau auch in der Sekunde aufgehoben. Das ist ja lustig. Also jetzt werde ich mal ein Juck-Juck hier geaxed, meine Freunde. Und dann gucken wir mal weiter. Aber dieser Block hier gefällt mir. Das hat ja so ein bisschen wie so ein Dorf aufgehört. Ja, ich werde zu dir, Mann. Verdammte Scheiße. Du kannst dich auch umbringen, dann fliegst du wieder neu. Du kannst auch, du hast auch 50 gleich, da siehst du das unten rechts. Du kannst dauerhaft fliegen, quasi. Verliere ich dann meine Waffen? Ach, wenn du stirbst? Nein, aber du kannst auch einfach so sich hochbauen und dann einfach fliege, als ob du ein Jump dauerhaft hättest. Das ist echt lustig, Leute. Ich muss ihm einfach alles erklären, was dir da schon leid. Wie viel Spaß macht dir eine Runde Black Ops 4 auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn ich mit jemandem zusammen schocke 8. Wenn du alleine spielst und beinst. 6 vielleicht. Aber wenn die gute... Oh nein, ich sterbe, Digga, was... Hä? Bin ich dumm? Ich dachte, man kann einfach von der Rampe runterspringen und dann kommt wieder ein Fallschirm. Dann musst du den Fallschirm natürlich nochmal aufmachen, Digga. Was ist das denn für ein Scheiß, Digga? Warum soll ich den Fallschirm aufmachen? Ich klang gerade wie er... Was ist das denn, Alter? Was ist das für ein Scheiß? Ich muss den Fallschirm aufmachen, Digga. Das musst du mal in Real Life sagen, wenn du zum Fallschirm springen gehst. So, hey, what the fuck, Digga? Ich muss den auch noch aufmachen. Real Life sagt er mir in Fortnite. Schäm dich. Ich habe eh keinen Real Life. Ey! Ey! Na? Oh, Digga, das Movement ist am Start hier. Digga, loi! Obst du auch erst 6 von 150 Kills? Merk dir mal, wie schön es jetzt hier noch aussieht, okay? Es wird hier gleich komplett eskalieren. Es werden alle Spieler nur noch in dieser Zone hier sein. Aber ich mag den Modus eigentlich. Weil das immer zum Einspielen benutze ich den immer ganz gerne. Einspielen, Digga, disrespekte mich noch mehr. Du wolltest irgendwas machen, wo du nicht versagst, Digga. Darf ich mir das hier überlegen? Kleiner... Ja, okay. Hey, 101. Ich bin Fortnite. Komm her, 101. Digga, ich glaube... Ohne Bauen? Ohne Bauen könntest du mich auch besiegen, Digga. Keine Ahnung. Ja, mit Bauen besiegen. Komm mal, komm mal, komm mal. Komm mal her. Komm mal her, komm mal her. Okay, warte, ich komm, warte. Zeig mal her. Ja. Nein. Krass, Digga, Harry Potter ist am Start. Weißt, warum Harry... War damals krass, wo ich noch 2017 gezockt habe. Weißt, warum man Harry Potter sagt? Weil du dich unter der Treppe eingebaut hast. What? Ein paar 90s, soll ich ein paar 90s flexen? Komm. Oh mein Gott, Digga! Wie heftig du bist! Ich habe auch Harry Potter, by the way. Außerdem habe ich komplett unkling gebaut. So, jetzt müssen noch ein paar Gegner hier landen. Ah, man hat zickzack, Digga. Ich muss einen Gegner kommen, sonst gibt es einen Shell. Ah, da oben kommt einer. Der hat schon mal drei Hits. Der hat ein, ein, Digga. Äh, äh, ich... Ist komplett versagt. Der hat ein HP, ne? Also ich meine es ernst. Ah, hier ist er. Ah, ha, ha. Maximal Lost. Da, hier ist noch einer. Warte. Oh nein, warte, einer schießt mit Bogen auf mich. Nein! Oh, Digga, das ist so overpowered, Digga. Wie ich das gesagt habe, wie so ein alter Mann. Overpowered. Ey, das ist so overpowered. Digga, wieso macht das so ernst? Boah, Digga, der macht ja richtig ernst. Ach, du Scheiße. Ah, er ist hier, okay. Oh mein Gott, habe ich ihn schön, schön out-edited. Hier ist noch jemand, hier ist noch jemand. Hier, hier oben, hier oben, hier oben, hier oben. Habe ihn, habe ihn. Sauber. Okay, nice. Jetzt kann ich mir direkt noch die Minis holen. Guck, wie viele Kills ich schaffe. 35 ist mein Rekord in dem Modus. Jetzt landen die auf dem Dach direkt neben dir. Einen habe ich. Beide habe ich. Oh, warte, da ist noch einer. Nein, ich muss nachladen. Ich muss mich carryen. Der kassiert erstmal ein übles Gerät für die schlechte Sportlehre. Und nachher aufzubauen, Digga, was machst du? Ui, läuft sogar. Ja, aber ich habe ihn auch noch. Oh, da ist auch noch einer auf dem anderen Dach. Oh, habe ich. Nein. Guck mal, jetzt noch. Der Modus da ist, da bist du jetzt Feuer und Flammen. Irgendwo landet hier gerade einer. Okay, hier drauf direkt. Kann ich sagen von teammates kaputt machen? Wie geil, Digga. Kann man aber schon immer. Kannst du dir sagen, kaputt edit mich. Ich hatte vor 10 Jahren dieses Games. Hier gibt es einfach WB2. Ja, 120 und wo die teammates sind, das absolut. Hast du eigentlich WB2 irgendwann mal so richtig gefeiert? Let's go, Digga. Hast du WB2 eigentlich mal irgendwann so gefeiert? Nein, zu keiner Sekunde. Da habe ich auch Fortnite gespielt. Zu keiner Sekunde hast du gefeiert? Okay, krass, Mann. Nur in der Beta und in der ersten Woche. Was noch? Digga, wie lange respawnen? Im COD werden wir schon längst respawnen. Kannst du dir das auch nicht sagen? Oh, hier ist ein Gegner. Huh. Er ist so ein Maximal lost. Er ist so lost hier. Und unter dir sauber. Mein MP ist leer, warum auch immer. Als ob das kein Kill ist, würde ich sagen. Hier liegt ein kleiner Schiergeleger. Oh, hier macht er richtig ernst hier. Ui, Marcelo trifft die Shots heute. Marcelo trifft die Shots heute. Amana Glotzeule. Sorry. Shots heute, Amana. Shots heute. Also heute, aber mit L. Ja, habe ich mir schon gedacht, Digga. Heute werden die Shots gehittet. Wie Kills hast du eigentlich? 17 und du? Ich komm zu dir gucken schon. Hast du verstanden? Hast du was noch? Nein. Digga. Nein, ist richtig enttäuscht, Digga. Vom Spielspaß, wie gefällt es hier so? Auf derselben Scala von 1 bis 10? Ja. 5? Mit gutem Gewissen. Mit gutem Gewissen sogar. Dann ist doch alles easy. Ah, hier. Den nehme ich hier an. Hast du Streamsniper gesagt? Ja. Ja. So richtig. Es gibt ja schon so Streamer, das ist ja so der Running Gag, dass wirklich alle, angeblichsten alle auf einmal, äh. Ich meinte er hat einen Streamsniper Modus, dass man... Heißt ja nicht so? Dass man... So, ja doch. Das ist übrigens der Modus, den ich mir für... Ja, den hat der Ant, Digga. Es gibt mir nichts, was ich mir für COD mehr wünschen würde, als das. Ja, deshalb wird's auch nicht kommen, Digga. Alles, was man sich wünscht, wird nicht kommen. Also... Also wünsche ich mir das nächste Mal keinen All-W. Hey. Ui. Da habe ich einen Sniper passiert, aber ich habe überlebt. Oh. Wo ist denn der Typ hier? Oh, ne. Ich hoffe, hier ist ein Shisha-Kopf. Ich habe einen Lager-Kopf. Und den Maschen. Was? Wie heißt das? Oh, nice. Oh. Also hab ich... Ich dachte, der hat Schuld, Digga. Ich bin so verwirrt, was passiert hier, Mann? Irgendwer snipet hier die ganze Zeit. Ich habe... Ich habe... Hey, irgendwo landet hier einer. Ah, hier, direkt hinter uns. Er hat so einen Headshot kassiert. So, jetzt haben wir den epischen Sieg. Hey, let's go, Digga. Siehste, ich bin gut, Lander. Siehste, wir haben direkt einen Win geholt. Das ist auch ein gutes Zeichen. Aber ich würde sagen, Leute, jetzt könnt ihr euch drauf freuen. Alle zwei Tage kommt jetzt ein Fortnite-Video mit dir. Stimmt? Ganz genau. Genau, Freunde. Also... Checkt auf jeden Fall den Kanal von Haptic ab. Der soll ja auch unterhaltsame Videos machen. Habe ich zumindest gehört. Ich hoffe, das stimmt. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da auf dieses Video. Weil ich es euch sage, lasst es da, okay? Genau. Und... Haut rein. Ciao, ciao.